Da, 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 da. Also wenn wir jetzt so lange hier reingreifen, bis wir eine Rose bekommen. Ich hab ne Adorabloom bekommen. Ah, Scheibenkleister. Oh, nein, das Zeug muss ich ja dann wieder verkaufen. Wenn ich jetzt ne Rose pflücke, wenn mein Inventar voll ist... Wo ist ein... Ah, nee, das ist nicht mein Inventar. Wenn mein Inventar voll ist und ich hab... Oh Gott, eine kann ich noch. Und dann muss ich verkaufen gehen. Und es ist... Ein Gras. Ich... Warum kann ich das Gras nicht mitnehmen? Ich will das Gras mitnehmen. Und noch eine Fragrant Flower. So, also werden wir erstmal verkaufen gehen. Da, 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 da. Tra, la, la. Weiter, 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 weiter. Geht doch. Dü, 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 da ist er. So. Und das alles nur für... Eine... Komische... Rose. Oder vielleicht sind es die Fragrant Flowers. Ich kann ja mal gucken, was ich alles so dabei hab. Das kann ich in Misha vorzeigen. Und dann vielleicht... Aber vielleicht auch nicht... Würde sie mir davon was abnehmen. Nein, nicht wirklich. Mann, oh. Was ist eigentlich hier? Kann ich die Dinger sammeln? Eigentlich nicht, oder? Nein. Das geht nur in dem komischen Park. Ist ja toll. Da muss ich immer bis hier hinter, wenn meine... Mein Rucksack voll ist, oder was. Ah, verdammt. Nochmal. Hier. Ab in den Screen. So. Adora Bloom. Verkaufen, 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 verkaufen. So. Reicht schon. Muss das denn immer so lange dauern, von einem Ort zum anderen zu kommen? Ich könnte das Zeitraffern, aber jetzt für die paar Sekunden wird es ja wohl auch nicht nötig sein So, also gehen wir nochmal hier eine Flower pflücken Und eine Adorablum habe ich bekommen, toll Kann ich mich dadurch auch erholen, dass ich das pflücke? Der Stamm ist gebrochen Okay, dann wollen wir mal was futtern Wir nehmen den Königskuchen Und eine Lämmentorte Dann sind wir wieder ganz voll glücklich So, und? Ein Gras, na toll Und was ist er jetzt? Eine Oddflower Eine Merkwürdigblume Na? Eine Adorablum Irgendwie geht das die ganze Zeit so weiter, kann das sein? Soll ich jetzt auch so lange warten, bis ich zufällig eine Rose kriege oder was? Nein, eine Biene Mann Und eine Fragrant Flower Ich will aber immer noch eine Rose Oder muss ich mir die kaufen? Ein Schnappdrache Juhu So, und eine Äh, ein Gras Eine Adorablum Soll ich das jetzt wirklich die ganze Zeit so... Oh nein, ich würde es am liebsten speeden Ah Erstmal essen wir was Die King-Torte Und nochmal Bäm Voll Einmal können wir noch Und wenn es nicht klappt, naja, dann lasse ich die Quest erstmal Geht ja nicht anders Schlimm genug Und? Ah Immer diese blöden Blumen Also diese nicht so tollen Blumen, meine ich Der Stamm ist gebrochen Na toll So 13 Also kann ich noch 3 Blumen pflücken Das mache ich auch Ein Schnappdracho Wieder nix geworden Aber jetzt Der Stamm ist gebrochen Na toll Und noch eine Fragrant Flower Gibt es hier eigentlich noch andere Blumen? Möglicherweise Ah Wieder Gras bekommen Und eine Adorablum So und eine kann ich glaube ich noch Oder? Gucken wir mal Eine Oddflower Okay, das reicht Jetzt will ich auch gar nicht mehr Oh, shit Die konnte ich nicht mal mehr aufnehmen Hm So, jetzt essen wir erstmal wieder was Ich kann diese Unglücklichkeit nicht leiden So Ist doch irgendwo Livelihood Nicht Nein, das ist es nicht Happenings Genau da war es Und zwar hier Das kaputte Radio Haben wir das noch nicht abgegeben? Klar haben wir, oder? Verstehe ich nicht War ich nicht gerade bei Ich war doch gerade bei dem, oder? Verstehe, erinnere das Oh, klar, stimmt Habe ich gar nicht abgeben können Weil ich habe da noch nichts bekommen Ups Jetzt habe ich die Quest fertig Das ist schön Das ist sehr schön Dann wollen wir mal Den Tag Vielleicht abschließen Oder wir gucken uns ein wenig um Gucken wir mal Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was Dass es doch irgendwo anders Rosen gibt Da gibt es Eine Bank Hat der mir was zu sagen? Ah Ja, das ist echt eine Du kommst rechtzeitig Ich könnte eine Hand gebrauchen Ja, äh, du hast doch zwei Äh, das ist höchst Ähm Unregulär Aber würdest du mir dabei helfen Tickets abzufertigen? Ja, klar Äh Was ist das? Noch ein Minispiel? Geil Äh Du musst nur Den Namen der Station Äh Nach der Nach Nach Dem Der Die Der Passagier fragt Richtig einfüllen Führen Äh Aus Füllen Ja, wie auch immer Mhm Ich sollte dich warnen Dass die Tastatur Die du Benutzt Äh Ziemlich Altbacken Und Ungebräuchlich ist Aber sie ist genau richtig Für den Job Aha Wenn du den Namen Des Bahnhofs Richtig Äh Raus hast Dann Ist das Ticket Bearbeitet Und der nächste Passagier kommt Aha Wenn du die Falsch Den falschen Namen Eingibst Dann gibt's Eine Strafe Und Du solltest Vorsichtig Bei der Arbeit Sein Okay Äh Deine Schicht Endet Wenn du Fünf Tickets Äh Ausgehendigt hast Aha Du kannst Früh Durch Drücken Von Select Äh Beenden Aber dann wirst du Nicht bezahlt Ja Ich werde dann auch Gleich mal Nein Ich mache es Erstmal durch Und dann So was hier Easton Hä Oh Osten Das sind aber Zwei Tonnen Egal Ton Easton Hä So funktioniert Das soll in Form Von Bilder Rätseln Oh mein Gott Wall Hier Okay Wand Und Ohr Wandohr Ja Das ist ja Schwierig Das ist ja Auf Englisch Alles East West Also East West Ring Da ist ein Ring Ist das geil Ist das ein bescheuertes Spiel So was haben wir jetzt South Ähm Bee Biene Compten Compt Was ist Compt Was zur Hölle Ist Compt Com Oder Oh Gott Bird seal Was Oh Nicht so schnell Bird Seal Ochse Kuchen Straße Oh mein Oh mein Was Nein Das ist so ein geiles Spiel Das muss ich nochmal machen Aber mit voller Glücklichkeit Damit ich Eine bessere Bezahlung kriege Und ich habe Ein neues Level erreicht Da kann ich dann auch zeigen Ach nein kann ich ja nicht Äh Weil Erstens mal Die Bezahlung liegt ja Auf der einen Seite An An der Glücklichkeit Aber auf der anderen Seite Moment Ich hole mir einfach was Um das aufzufrischen Kaufe ich mir irgendwas zu fressen Ups Ich will nämlich nicht so lange warten So Nein nehmen wir doch Was nehmen wir Hm Limontorte Die könnte ein bisschen zu wenig sein Ah ich nehme sie trotzdem mal Vielleicht klappt es ja So Und wenn es nicht voll ist Okay gehe ich doch nach Hause Ah Limontorte Oh hat gereicht Sehr schön Sehr 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 schön Dann wollen wir mal Gehen wir wieder zurück In die In den Bahnhof Und Probieren das Spiel nochmal Das ist echt ein nettes Spiel Äh Musst du nochmal hören Äh Wie Tickets Abgefertigt werden Nein 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 Passagier 1 Wo wollen sie hin Nach Eastton East Thorn Yay Gemeinheit ist das Wallier Schon wieder Wandohr Fertig Hm Ging ja ziemlich schnell Dann schauen wir mal Was kommt jetzt East West East West Ring Haha War ich gut Ich hoffe das wird jetzt so weiter gehen Ähm Bird Ham Bird Ham Ear North Da So Hey Krass Noch rechtzeitig geschafft Ich hoffe dafür Für Geschwindigkeit wird man auch bezahlt Birds Hier Ox Pie Road Oh mein Gott Das sind die höchstlange Wörter Ey Krank Was hab ich gekriegt Was hab ich gekriegt Und 12.000 Komm Einmal mache ich es noch Das macht so einen Spaß Das glaubt ihr gar nicht Wenn ihr das spielen könntet Jetzt So krass Mal sehen was für eine Bezahlung ich jetzt rausholen kann So Äh Ich weiß wie das geht Gut Weiter geht's Ready Go Wo will sie hin Eastern East Ton So Ich muss da ganz schnell sein Damit das klappt Wall Ear Ja okay Das war jetzt so irgendwie Immer kommt als zweites Wandohr Oder was So Oder ist das immer Pine Bald Was Pie Bald Road Ja bald ist nämlich Glatze Kuchenglatzen Straße Oder was North Äh Wall Eye Row Row ist Segeln Ne Ist Rudern Row 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 your boat Gently down the street Äh Tee B Wo ist T T Biene Komp Seal Road Ha Geschafft Bam Alle fünf abgefertigt mal wieder Sieht gut aus Wie viel kriege ich dafür Na Boah 18 Tausend Oh Was kann ich mir davon schönes kaufen Ich weiß es nicht Ich werde auf jeden Fall nochmal Ich werde es nochmal versuchen mit den Blumen Vielleicht klappt es ja Äh Ich möchte eine Flower picken Der Stamm ist gebrochen Natürlich Ah nochmal Okay wenn es nochmal jetzt daneben geht dann Ah ok dann gehe ich So dafür heute Sonsten glaube ich Nicht mehr so viel Zu tun ist Hier Nachtfischen Muss ich eh in der Nacht machen Und Für Misha Die Rose besorgen Ja äh Das hat mich gerade irgendwie Den letzten Nerv gekostet Klappt nicht wie ich das will So Möchten wir schlafen Natürlich möchten wir schlafen Ich könnte mir natürlich auch mal wieder ein paar neue Klamotten Holen Hm Ich könnte mir mal ein paar coolnes Klamotten holen Zum Blumen pflücken Das wär's Aber erst mal Doch ich hol mir mal Ach nein hier kann ich ja noch nicht Jetzt in In der Nacht geht das ja ein bisschen schlecht Deswegen gehen wir mal in die Queens Bar Und holen uns Vor allem erst Vorerst ähm Was schönes zu futtern Oder zu trinken Oder was auch immer Plumperding Mehrmals Bitte So Reicht schon Müsste zumindest reichen Und im Inventar Der Plumperding Tada Voll Voll